Ich bin irgendwie immer noch ein bisschen geschockt und es wirkt irgendwie so unglaubwürdig, aber ihr habt es sicherlich mitbekommen, auch weil Social Media heiß läuft, weil Lionel Messi angeblich jetzt zu den und den und den und den Verein wechselt. Es werden jetzt 50.000 Vereine genannt werden, von Bayern, Dortmund, aber auch zu Sandhausen, Ingolstadt, Buxtehude, what ever. Aber Lionel Messi und Barcelona gehen wirklich getrennte Wege und das hat zusammengehört, das war wie eine Liebesbeziehung. Messi ist seit 21 Jahren in diesem Verein, seit er klein ist und jetzt wird sein Vertrag nicht verlängert, obwohl man erst noch gesagt hat, man hat eine Einigung und jetzt findet es doch nicht statt. Zu den Details kommen wir gleich, aber muss man sich mal vorstellen, nach 21 Jahren geht man getrennte Wege. Wenn man bedenkt, wie erfolgreich Messi ist, ich meine er gehört zu den besten Spielern auf der Welt und ich finde auch immer der Vergleich mit Ronaldo total dumm. Wer ist besser? Wir können einfach froh sein, dass wir in einer Zeit leben, wo wir beide Fußballer miterleben dürfen. Und die sind auch vom Spielerischen schon leicht anders, also für mich nicht vergleichbar. Klar, die zwei Besten auf der Welt, aber es ist doch geil, dass wir beide wirklich sehen können. Klar, die harten Fans von Ronaldo und die harten Fans von Messi werden mich jetzt nicht verstehen. Die werden jetzt sagen, nee Ronaldo ist besser oder nee Messi ist besser. Kann ich verstehen, wenn es eure Meinung ist, akzeptiere ich es. Aber ich bin einfach froh, dass ich den Fußball oder die teilweise wirklich sehen kann, was sie für Freistöte teilweise schießen, was sie für Vorlagen geben, was sie auch für Tore machen. Ich meine, allein auch Ronaldo, das Fallrückseater, aber was auch Ronaldo und Messi für Freistöte schießen oder Pässe spielen. Holy shit, ist das einfach geil. Wie ich gerade erwähnt habe, schien es wirklich in den letzten Tagen auf einen Verbleib von Messi bei Barcelona hinauszulaufen. Und wie gesagt, man war sich eigentlich einig und hatte wirklich eine klare Absicht, dass man den Vertrag unterschreibt, dass der Vertrag verlängert wird. Aber wegen finanzieller Natur sind die wirklich die Hände gebunden. Und davon war ja eigentlich auch schon abzusehen, sag ich jetzt mal. Klar, muss man auch sagen, wenn man denkt, was Spanien für Schulden hat, die Spanischen Vereine teilweise, dann ist das so eine Sache, wo klar war, okay, das könnte mal irgendwann Probleme geben. Auch wenn der Gegenwert des Vereins natürlich höher ist als die Schulden. Deswegen war es ja immer noch tragbar. Auf jeden Fall verwiesen sie auf die Regularien der Spanischen Liga. Und das ist halt so, und dann sind halt die Hände gebunden. Jetzt werden natürlich manche sagen, ja, wenn es an den Finanzen geht, wieso verzichtet einfach nicht Messi auf Unmengen an Geld, wenn er den Verein so liebt oder was zurückgeben möchte. Warum macht er das nicht? Kann man sich natürlich fragen. Verzichtet aber jemand gerne freiwillig aufs Geld? Ist auch die andere Frage. Klar, ich meine, er hat genügend Geld, er hat auch ausgesorgt, keine Frage. Aber auf der anderen Seite ist natürlich eine berechtigte Frage, denke ich, oder täusche ich mich? Ich meine, die Ronaldo-Fans werden jetzt natürlich fragen, ja, warum, mach das nicht. Aber wenn Ronaldo das passieren würde und man die Messi-Fans das fragen würde, wären die angepisst, also da würde eh jetzt wieder so ein Fight entstehen. Da freue ich mich auch wieder auf Social Media. Obwohl ich mir denke, bei den ganzen Wortwitzen musst du eigentlich Social Media die nächsten 24 Stunden vermeiden, weil du nur noch Messi-Messi-Messi-Messi-Messi-Messi-Messi sehen wirst. Egal ob, wahrscheinlich vor allem auf Twitter, aber bei Facebook hier und dort, obwohl da bin ich eh gar nicht mehr, ähm, aber auch auf Instagram, denke ich mal. Bei manchen Meme-Seiten wird es auch komplett full sein. So oder so, und jetzt kommen wir zum Schlusswort, ist es natürlich ein herber Verlust für Barcelona. Ich meine, Vizca Barca hat in seiner Story einen traurigen Smiley gemacht und gesagt, hier, er merkt sich später dazu, da bin ich echt gespannt, äh, was er noch sagen wird. Da kommt vielleicht nochmal morgen von mir ein Video auch bezüglich Messi. Vielleicht gibt es dann schon die ersten echten Gerüchte. Ich meine, so ein Traum wäre ja von mir, wenn man Ronaldo und Messi vielleicht nochmal zusammenspielen sehen würde. Ich könnte mir aber vorstellen, dass Neymar und Messi vielleicht nochmal zusammenspielen, aber Ronaldo und Messi in einem Team, das wäre natürlich schon traumhaft. Aber was ich eigentlich sagen wollte ist, für Barcelona ist es ja das große Aushängeschild, auch was Trikotverkäufe etc. angeht. Wenn man bedenkt, wen soll man sich hinten aufs Trikot hauen so ungefähr, ne? Viele hatten einfach Messi, Messi, Messi drauf. Und natürlich hat Messi denen auch sehr, sehr viel Image gegeben, Barcelona. Ich meine, Barcelona war immer schon ein großer Klub, keine Frage. Ich meine, Ronaldinho, wer da alles gespielt hat, von Anfang an. Ich meine, als Kind kannte schon jeder Barcelona vor 20 Jahren oder so, kannte jeder Barcelona und Real Madrid. So ist es ja nicht. Auch vor 30, 40 Jahren kannte auch jeder Real Madrid. So ist es ja nicht. Aber Messi war ja natürlich einer, der viel, viel, was Social Media etc. betrifft, den Verein gegeben hat. Ich meine, siehe Juventus, Toremi, Ronaldo. Also, ich meine, die Transfererlöse haben sie innerhalb von wenigen Tagen, glaube ich, Wochen, Monaten, haben sie das Geld wieder reingebracht durch Trikotverkäufe, also generell Merchandise, das Drumherum, die Social Media, Dinger gehen hoch ohne Ende. Haben nicht innerhalb von kürzester Zeit von 24 Stunden, 48 Stunden, 1 Million Follower mehr bekommen. Irgendwie sowas, Juventus Toremi, irgendwas in die Richtung war. Und das zeigt auch einfach, wie wichtig manche Spieler sind für einen Verein. Und ich bin mal gespannt, ob Barcelona mal so ein Talent bekommt, der auch wirklich langfristig bleibt. Ob sie es auch finanziell schaffen, ist auch die Frage. Aber Fakt ist, für mich gehört Barcelona und Messi irgendwie zusammen. Klar, dass er dann vielleicht sagt, die letzten zwei, drei Jahre seiner Karriere will er vielleicht nochmal woanders spielen. Man kennt es, machen hier viele, die dann nochmal zwei Jahre irgendwo ausklingen lassen. Es ist aber hart. Ich kann mir aber vorstellen, dass Messi eventuell bei Barcelona irgendwie trotzdem einen Job machen wird. Vielleicht kehrt er zur Heimat zurück nach Argentinien und ist dort sowas wie der Promoter, sucht er Talente etc. Also es gibt es ja bei jedem Verein, der halt wirklich dann in Argentinien Werbung für Barcelona macht. Talente sucht, dem Verein Barcelona vielleicht nochmal mehr vorstellt, darstellt. Ihr kennt das bei anderen Vereinen, sowas gibt es überall. Ihr könnt gerne mal eure Meinung unten in die Kommentare hauen. Sonntag übrigens stand jetzt Livestream auf diesem Kanal zum Eintrachtspiel. Ihr wisst hier, würde mich auf jeden Fall freuen, wenn das klappt. Wenn ihr dann dabei seid, schaut gerne rein. Ich sage Arrivederci. Bis dahin und ciao, ciao.